Christmas Crumble mit Beeren und Vanillesoße Für dieses leckere und festliche Dessert brauchst du folgende Zutaten. Für den Crumble 150 Gramm Mehl 100 Gramm Butter 75 Gramm brauner Zucker 50 Gramm gehackte Mandeln 1 Teelöffel Zimt Eine Prise Salz Für die Füllung 500 Gramm gemischte Beeren, frisch oder gefroren 50 Gramm Zucker 2 Esslöffel Speisestärke 1 Teelöffel Vanilleextrakt Saft einer halben Zitrone Für die Vanillesoße 250 Milliliter Milch 250 Milliliter Sahne Eine Vanilleschote 4 Eigelb 50 Gramm Zucker So bereitest du das Rezept zu Erste Heize den Backofen auf 180 Grad Celsius vor und fette eine Auflaufform ein Zweiter In einer Schüssel Mehl, Butter, Zucker, Mandeln, Zimt und Salz zu Streuseln verkneten Die Streusel im Kühlschrank kaltstellen Dritten In einem Topf Beeren, Zucker, Speisestärke, Vanilleextrakt und Zitronensaft vermischen und bei mittlerer Hitze unter Rühren aufkochen lassen Die Beerenmischung in die Auflaufform geben und glatt streichen Vierte Die Streusel gleichmäßig über die Beerenmischung verteilen und leicht andrücken Fünfte Den Crumble für ca. 25 Minuten im Ofen backen bis er goldbraun ist Sechsten In der Zwischenzeit die Vanillesoße zubereiten Dafür Milch und Sahne in einem Topf erhitzen Die Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herauskratzen Die Schote und das Mark zur Milchsahnemischung geben und kurz aufkochen lassen Dann vom Herd nehmen und ziehen lassen Siebte In einer Schüssel Eigelb und Zucker mit einem Schneebesen schaumig schlagen Die Vanilleschote aus der Milchsahnemischung entfernen und diese langsam unter ständigem Rühren zur Eigelb-Zuckermischung gießen Achte Die Soße zurück in den Topf geben und bei niedriger Hitze unter ständigem Rühren eindicken lassen Nicht kochen lassen, sonst gerinnt die Soße Den Crumble aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen Mit der Vanillesoße servieren und genießen